hallo und herzlich willkommen hier spricht euer looks like link und heute starten wir mal wieder mit einem mega coolen zeller projekt ich bin ertrunken alter wie hart das spiel ist echt zu heavy mann ich breche ab ok nein mein scherz oh gott ist der mit moos bewachsen ja ein moos bewachsener der hier schön sein arbeiter dekolleté hier zeigt ach mensch 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 okay das ist der taro der netteste von allen anscheinend ja guck da steht ha ha man warum haben sie warum der ist komisch der kleiner typ wow hier beginnt der für unser volk heiliger ort wir können nicht zulassen dass fremde ihnen entfallen ich bin aber voll cool man was sind das hier äh casa giovanni hey giovanni der pokémon arena leiter cool links crossbow training ach ne anderes spiel heißes kälte im schlafzimmer ha das war's ohne doch nicht oder der hat mich angeschossen ich dachte schon du wirst eine besonders fette heuschrecke das fett genannt allerdings fressen sah gerade übelst gruselig aus die da die da die da die da ey voll runtergefallen hau ab hau ab nein vor was hin liegt der nicht bestial oh es liegt wieder hier oben man vielleicht komme ich da unten hin tatsächlich ich probiere es einfach mal okay das war nicht so geil was ist das für ein geräusch okay aber ich weiß jetzt gar nicht darf ich irgendwas kaputt machen oder nicht aber das meine ich dass der was ein wolf spinne mann ich wollte das muss mal testen mann oh der guckt doch eigentlich dieses riesenmesser hier an äh ne ist ja eher ein beil boah ist wirklich übel so komm mal her und schuhe an ähm okay ich hab die schuhe an aber wie bringt es glaube ich nichts wie sieht das denn aus okay kann ich jetzt noch stopp drücken Alter ich hab wie hab ich das denn jetzt gemacht äh oh was ich kann nichts mehr tun kannst du mich mal irgendwie loslassen oder sowas ich kann echt nichts mehr machen mhm ey das ist doch nicht wahr oder das ist doch alles nicht wahr ne so hat er jetzt neutral verbaut den Kalker muss wieder zurückspringen man die Hüte bam 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 wir wollen der Außerwählte sein ich weiß ja nicht ey ich glaube ich hab mich jetzt eingesperrt ich hab mich eingesperrt ich kann gar nichts mehr machen wenn ich nach unten springen kommt der mir hinterher wenn ich nach oben springen kommt der mir hinterher und ich kann ja nicht ich hab mich eingesperrt äh keinen kommen ja wie gesagt ich kann nicht nach rechts ich kann nur nach oben jetzt mal hin und her wer wer sperrt sich denn bei dem Spiel hier selber ein oh man ey hups ich bin sie nochmal an so äh nein warum jumpst du denn runter du Lappel er hat voll runtergesprungen und bei dem anderen Schwein in den Arsch rein nioh ooooh soo haha die kippen dann auch so dumm um so die rennen erst weg und dann kürzle mh die sind einfach tot mh er hat einfach hingesetzt ach soo ich muss erst mal ich muss erst mal ähm checken dass der Typ gerade irgendwie ein bisschen schwächer hat wegen äh ich kann nicht mehr äh äh ey Bruna ständig so an vorher mal Hilfe der Tierquäler einfach so äh 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 wie schön das alles spiegelt auf oh Link Link tatsächlich auch mach ich in der Fresse wieder beeindruckt jetzt kann man in die ganze Zeit in deinem Rock gucken und da sein männliches Kilt oh nein stopp oh man ey da kann man überhaupt nicht mehr lenken nee ganz komisch und da fallen okay okay nein wow wow okay das war knapp gut geschafft ja nein alter was war das denn für ein Foto-Finish ich erinnere mich es roch nach Gras äh Elia musst du dich gerade daran erinnern ich meine wir waren jung und wir wollten ein bisschen was testen und das war vor langer Zeit ja sag ich doch wir waren beide noch Kinder Elia du machst es nur noch schlimmer alle Leute so episch jetzt kommt der Mann gegen Mann Kampf Dämonenkönig Ganondorf seine Schläge müssen auch so reinhauen ach verdammt verdammt okay das war jetzt schlecht guck mal Ganondorf hm was glitzert denn da so ist das geil wie er da echt hinguckt so die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017